Yo, Freunde, what's poppin' back again? Auf dem Highlights-Kanal, 10 kriminelle Fußballer, die vor Gericht standen und Ronaldinho als Thumbnail, das ist ja ein ganz, ganz aktuelles Thema hier mit Ronaldinho im Knast, dies, das, ananas, Freunde, Reaktionszeit, lasst ein Like da, abonniert den Stream-Highlights-Kanal, hier kommen täglich Videos, bleibt am Ball, sehr, sehr wichtig, sehr nicer Kanal auf jeden Fall, führe ich nicht selbst, let's go, rein da! ... Millionen von Menschen, ihre Namen... Ey! ...sie sind die berühmtesten Sportler der Welt. Messi! ... ihre Spiele schauen Millionen von Menschen, ihre Namen kennt man fast überall, und ihre Trikots tragen tausende Fads. Ja, Mann. Fußballer. Und auch wenn man meinen sollte, dass sie es angesichts ihres Ruhmes und ihres häufigen Reichtums nicht nötig hätten, sich irgendwelche Straftaten... Oh, hör mal auf, ich hab grad so Hunger, ne, und dann seh ich da so ein fettes Ding. ... zu Schulden kommen zu lassen, ist sogar häufig das Gegenteil der Fall. Immer wieder gibt es nämlich Fußballer, die nicht zu verstehen scheinen, dass man im echten Leben eben nicht nur eine gelbe Karte bekommt, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Man, man, äh, denke an Reus, der einfach ohne Führerschein die ganze Zeit rumgefahren ist. Bester Mann. Let's go. Fußballer erlauben sich einfach alles. In diesem Video präsentieren wir euch daher zehn kriminelle Fußballer, die in Konflikte mit dem Gesetz kamen und sich vor Gericht behaupten mussten. So nicht? Mit dabei sind Stars, die das mit den Steuern etwas zu locker genommen haben, Spieler, die meinten sich wie Rockstars verhalten zu müssen, und sogar einige Fußballer, deren kriminelle Aktivitäten fast schon filmreif war. Daher bleibt dran hier... Dann bin ich mal gespannt. Ja, und schreib uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welchen Fall in diesem Video du persönlich am krassesten fandest und wie angemessen du die Strafen der Fußballer findest. Ja, auf die Strafen bin ich gespannt. Auf der Nummer zehn kommen wir zu Boateng, und zwar zu Kevin Prinz Boateng, der aktuell bei Besikt, dass Istanbul unter Vertrag steht. Warum war der? Die Straftat, für die er verurteilt wurde, geht zurück auf das Jahr 2009. Oh. Damals spielte... Vor elf Jahren, Bro, was ist dann passiert? Der halb-deutsche, halb-ghanaische Mittelfeldspieler beim Bundesligisten Hertha BSC Berlin. Ja. In den frühen Morgenstunden des 18. März 2009, nach einer Partynacht, die Boateng mit seinem Mitspieler Patrick Ehlert verbracht hatte, gingen die beiden wahrscheinlich im alkoholisierten Zustand durch den Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Dabei sollen sie laut dem damaligen Urteil des Berliner Strafgerichtes 13 Autos beschädigt haben. 13 Autos? Bro, please! Unter anderem demolierten sie dabei die Autospiegel und tritten diese ab. Womöglich... Stellen wir es mal hervor, zwei Profifußballer besorfen laufen durch die Stadt und drehen einfach Autospiegel ab und ihr seht die. Was werdet ihr euch denken? ... ohne ein Motiv, sondern aus reiner Trunkenheit. Während sein Kollege Ehlert noch versuchte, Einspruch zu erheben, wehrte sich Boateng aber nicht weiter gegen die ihm drohende Strafe und bekannte sich somit für schuldig. Aufgrund der demolierten Autos musste er letztlich nicht nur die Reparaturen zahlen, sondern obendrein eine Geldstrafe von 6... Ja, aber jetzt mal Real Talk. 56.000 für einen Profifußballer. Ist das viel? Der verdient doch Millionen im Jahr. So, WhatsApp Web erstmal kurz ausmachen, damit das hier nicht nervt. Let's go! ... 50.000 Euro leisten. Zwar eine große Summe, doch für Boateng als Topverdiener der Bundesliga letztlich doch keine bedrohliche Strafe. Digga, da würde ich auch nicht viel rumsabbeln. Wenn ich Probefußballer wäre, würde ich diese Strafe annehmen. 56.000 hier, nimm, komm, nimm und nerv mich nicht. Zur Nummer 9. Und damit zu einem wesentlich heftigeren Vergehen. Und zwar ein Vergehen des ehemaligen Spielers von Real Madrid, Raul Bravo. Der inzwischen 38-Jährige kam nach seiner aktiven Spielerkarriere nämlich gleich mehrmals in Konflikte mit den Justiz. Der wohl bedeutendste Kriminalfall, in den er verwickelt war, kam dabei erst Mitte letzten Jahres an die Öffentlichkeit und wird derzeit noch ermittelt und verhandelt. Im Mai 2019 stellte sich nämlich heraus, dass Bravo der Anführer eines geheimen Netzwerkes war, welches spanische Erst- und Zweitligaspiele manipulierte. Durch Bestechungen von Spielern und Schiedsrichtern lenkte Bravo mit seinem Netzwerk nämlich verschiedene Partien und wettete dann auf diese. Auf diese Art und Weise... Wettmafia von einem Spieler geführt. Next Level, Idee, IQ-Move, weiter so. Bravo somit enorme Wettgewinne ein. Welche Strafen ihn und seine Komplizen erwarten, ist aktuell noch nicht klar. Wahrscheinlich, oder? Sicher ist jedoch, dass er aus der Sache so schnell nicht mehr rauskommt, zumal immer mehr Anschuldigungen an Bravo laut werden. Die Nummer 8 belegt einer der aktuell wertvollsten und überzeugendsten Spieler der Bundesliga und auch der Nationalmannschaft. Und zwar der Dortmunder Flügelstürmer und Offensivspieler Marco Reus. Auch wenn er als ein fairer Fußballer gilt, bewies er in der Vergangenheit, dass er andererseits kein Problem damit hat, Regeln zu brechen. Im Jahr 2014 wurde der Dortmunder nämlich zu einer Geldstrafe von 540.000 Euro verurteilt. Grund dafür... Okay, das tut schon eher weh, ne? Das tut schon eher weh. 540k? Aua. Halbe Mio. Einfach so. ... war, dass er bei einer Polizeikontrolle in seinem Aston Martin aus dem Straßenverkehr gezogen wurde. Daraufhin stellte sich heraus, dass Reus gar keinen Führerschein besaß. Jahrelang war der Fußballer also ohne Führerschein Auto gefahren und wurde so in den Jahren 2011 bis 2014 insgesamt fünfmal geblitzt, ohne dass die Behörden bemerkten, dass er gar keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Wie kann er drei Jahre lang Autofahren in solchen Sportautos, die eigentlich immer rausgezogen werden, geblitzt werden und es kommt nicht raus, dass der keinen Lappen hat? Bro, please! Ehrenmann Reus, Digga, dass er das einfach auf dreist durchzieht. Was ne Aktion, Digga. Ich will dich jetzt nicht totloben, aber so einen Knacks muss man erstmal haben. Wie gesagt, war Reus sogar so dreist, sich ein eigenes Auto zu kaufen. Auch wenn 540.000 Euro nach einer hohen Strafe klingt, sei die Geldstrafe für Reus laut einigen Anwälten sogar noch relativ gering ausgefallen. Passend zu Marco Reus kommen wir als nächstes zu dem französischen Mittelfeldspieler Charles Nzogbia. Nzogbia. Vor seiner Zeit bei Aston Villa, die man im Nachhinein als seinen Karrierehöhepunkt bezeichnen könnte, versuchte nämlich auch er, die Regeln der Führerscheinpflicht zu umgehen. Anders als Reus fuhr er dazu aber nicht ohne Führerschein. Stattdessen versuchte er vielmehr, sich den Führerschein zu erschleichen. Während er seine praktische Führerscheinprüfung nämlich wie jeder andere selbst ablegte, bezahlte er jemand anderen, um für ihn die theoretische Führerscheinprüfung zu bestehen. Scheinbar ein billiger Versuch, sich um das Lernen für die Theorieprüfung zu drücken. Die Höchststrafe für ein Vergehen dieser Art hätten bis zu 5 Jahre Gefängnis sein können. In Sorgbia kam jedoch... 5 Jahre Gefängnis, weil man jemand anderen zur Theorieprüfung schickt. An der Stelle Applaus. ...letzlich mit einer Geldstrafe davon. Allerdings auch ohne Führerschein. Kommen wir nun zu niemand geringerem als dem ehemaligen Bayern-Star Frank Ribéry, der wohl einer der renommiertesten Bundesligaspieler der letzten beiden Jahrzehnte war. Mit Benzema kommt jetzt, oder? Während seiner Zeit bei Bayern, genauer gesagt im Jahr 2009, kam es jedoch zu belastenden Vorwürfen, denen sich Ribéry stellen musste. In einem Hotel in München soll er sich mit einer Minderjährigen getroffen haben und sie für gewisse illegale, in Anführungsstrichen, Dienstleistungen bezahlt haben. Im Nachhinein kam der Vorfall zur Anklage und löste nicht nur einen riesigen Medienhype, sondern auch einen mehrmonatigen Gerichtsprozess aus. Ribéry und seinem ebenfalls angeklagten Kollegen Ben... In Zema konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass sie wussten, dass es sich bei der Dienstleisterin um eine Minderjährige gehandelt habe. Ja, Bro, ich will dazu nichts sagen. Also ich will mich dazu nicht äußern. Wenn die das wussten, ehrenlos. Wenn die das nicht wussten, okay. Somit konnte es zu keinem... Trotzdem uncool, aber Leute, manche Mädchen geben sich als 24 aus und sind 16 und so. Man kann nicht zu jeder sagen, gib mal Ausweis. Ich habe sowas noch nie erlebt, Gott sei Dank. Gott bewahre. Aber der ein oder andere Kandidat in meinem Freundeskreis hat sowas auch schon erlebt. Teilkommen und Ribéry wurde freigesprochen. Die Nummer 5 belegt der wahrscheinlich berühmteste Spieler dieser Liste, Cristiano Ronaldo. Ui, was ist das denn? Und sein Urteil ist tatsächlich gerade mal ein Jahr her. Im Januar 2019 wurde der Star von Juventus Turin nämlich zu einer Geldstrafe von ca. 19 Millionen Euro verurteilt. Der Grund dafür Steuerhinterziehung. In den Jahren 2011 bis 2014 soll Ronaldo den spanischen Behörden nämlich über 5 Millionen Dollar seiner Einnahmen verschwiegen haben. Dazu hat er auf den britischen Jungferninseln eine Firma gegründet. Dieser Firma hat er dann die Rechte an einigen Werbeaufnahmen von ihm übertragen. Alle Werbeeinnahmen dieser Aufnahmen gingen dementsprechend nicht an Ronaldo selbst, sondern an seine Firma, die dafür dann keine Steuern zahlen musste. In Deutschland wäre Ronaldo übrigens nicht mit einer Geldstrafe davongekommen. Stattdessen hätte er bei Steuerhinterziehungen in dieser Größenordnung mit Sicherheit mit einer Gefängnisstrafe rechnen müssen. Also in Deutschland Steuern hinterziehen, mach lieber nicht, Bro. Mach einfach, zahl die 40%, 30%, 50% Steuern, die du zahlen musst. Bro, besser ist es. Deutschland findet alles raus und Deutschland bringt dich in den Knast. Messi machte sich übrigens der Steuerhinterziehung schuldig. Und auch bei ihm betraf die Hinterziehung Bildrechte aus den Jahren 2011 bis 2014. Anders als bei Ronaldo war Messi jedoch nicht alleine für den Betrug verantwortlich. Im Gegenteil, die Hinterziehung soll von seinem Vater ausgegangen sein, der sich um seine Finanzen gekümmert hatte. Auf der Nummer 4 kommen wir zu einer Fußballlegende. Papa, so nicht, ne? Hier, an der Seite nochmal was vorbeischieben. Nee, 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 nee. Die vielerorts als absoluter Sympathieträger gilt. Ja, Ronaldinho. Und zwar Ronaldinho. Überraschenderweise wurde der ehemalige Barca-Star und Weltmeister von 2002 erst am 5. März diesen Jahres verhaftet. Und zwar in Paraguay bei einer Geschäftsreise. Der Grund für seine Verhaftung war, dass der ehemalige Fußballstar zusammen mit seinem Bruder gar keinen gültigen Reisepass hatte und stattdessen mit einem gefälschten Pass eingereist war. Hintergrund dessen ist, dass Ronaldinho vor einiger Zeit in Konflikt mit den brasilianischen Behörden kam. Bei der Bebauung eines Grundstücks hatte Ronaldinho nämlich einige Vorschriften missachtet und so größere Umweltschäden verursacht. Daraufhin forderten die brasilianischen Behörden eine millionenschwere Entschädigungszahlung. Als sie diese von seinem Konto pfänden wollten, war dieses allerdings nicht mehr gedeckt. Ronaldinho hatte sein Geld verschwinden lassen. Als Reaktion darauf entzogen die Behörden ihm damals dann noch den Reisepass. Welche Strafe nach seiner illegalen Aus- bzw. Einreise auf ihn zukommt, ist noch nicht klar. Sein Image jedoch hat unter der Aktion bereits enorm gelitten. Kommen wir zur Nummer 3. Ehren, man reißt einfach mit gefälschten Pass. In welcher Welt lebst du? Blacklist. Netflix-Welt. Bro, kranker Team, jo. 3. Und damit zu einer weiteren Legende. Und zwar Diego Maradona. Der ehemalige argentinische Stürmerstar ist bis heute nicht nur bekannt für sein fußballerisches Talent, sondern auch dafür, dass ab und zu sein Temperament mit ihm durchgeht. Im Laufe seiner Karriere rastete er somit schon öfter mal auf und abseits des Platzes gefühlig aus. Beton. Einmal schlug er dabei jedoch ziemlich über die Strenge. Die Rede ist von einem Vorfall vor der Weltmeisterschaft 1994. Maradona war damals alles andere als in Form. In den Monaten vor der WM stieg deshalb der mediale Druck auf ihn. Um über Maradona zu berichten, versammelten sich damals deshalb einige Journalisten vor seinem Privathaus in Argentinien. Nachdem Maradona stundenlang mit ihnen diskutierte und sie wegbefahl, rastete er dann aus. Er schnappte sich ein Luftgewehr und zielte auf die Journalisten. Schließlich wurde er dafür für 2 Jahre und 10 Monate auf Bewährung verurteilt. Auf der Nummer 2 ist der wahrscheinlich größte Kriminal... Stell dir mal vor, Montana Black kommt RTL-Mitarbeiter oder so, wir wollen ihn interviewen und er nimmt Schrotflinte raus und zielt auf die Lue. ...fall, den der deutsche Fußball in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. Uli Hoeneß. Die Rede ist von dem Steuerhinterziehungsfall Uli Hoeneß. Im Frühjahr 2013, ausgelöst von Recherchen von Journalisten des Sterns und Ermittlungen der Steuerfahndung München, wurde öffentlich, dass der Bayern-Vorstand seit den 70er Jahren hunderte Millionen von Euro nicht versteuert hatte. Stattdessen hatte er das Geld auf Konten bei der Schweizer Privatbank Wontobel geparkt. Nachdem Hoeneß von den Ermittlungen Wind bekam, zeigte er sich daraufhin selber an. Seine selbst... 18,5 Millionen. ...anzeige wurde allerdings nicht als strafmindernd akzeptiert, sodass er neben enormen Steuerrückzahlungen auch über 3 Jahre Haftstrafe bekam. Dennoch wurde er letztlich schon nach der Hälfte der Zeit auf Bewährung entlassen. Zu guter Letzt auf der Nummer 1 kommen wir zu René... Ja, aber warum wurde er wohl entlassen? Cash, Money, Status? ...Guita, besser bekannt als der ehemalige klubianische Nationaltorwart mit dem Scorpion-Kick. Aber was hat der gemacht? Noch zu seiner aktiven Zeit als Spieler führte hier Guuita nämlich quasi ein Doppelleben. Er hatte Kontakte zu einem bekannten Drogenbaron namens Luis Carlos Molina, für den er einige Aufgaben erledigte und dafür immer wieder Zahlungen erhielt. Beispielsweise beauftragte Molina ihnen, einen Konkurrenten von sich aufzuspüren, wofür Heguita 64.000 Dollar erhielt. Aufgrund der Aktion wurde Heguita jedoch festgenommen und schließlich zu 7 Monaten Haft verurteilt. Da Korruptionsfälle vor allem in den 80er und 90er Jahren in Kolumbien nicht selten waren, ist nicht auszuschließen, dass auch hinter Heguitas geringe Haftstrafe möglicherweise Bestechungsgelder stecken. Etwa so bestechend wie Heguitas Scorpion-Kick. Und das war's mit 10 Kriminellen... Ey Junge, geiles, geiles Video Leute. Lasst ein Like da, ich dropp hier auch mal ein Like. Sehr, sehr wildes Video. Lasst ein Abo auf dem Kanal da, lasst ein Like da wie gesagt. Bleibt am Ball. Nices Video. Gleich